Darf ich? Danke. Schöne Frauen sollten nicht so düster gucken dürfen. Selbst dann nicht, wenn Sie unglücklich sind? Sind Sie das? Meine Großmutter ist vor wenigen Wochen verstorben. Ach. Meine Anteilnahme. Wie alt ist Sie geworden? 82 und einsam. Sind wir das im Grunde nicht alle? Wer sind Sie? Klaus von Amsberg. Von? Auch wenn es nicht so zu sagen hat bei all den adligen Blaublütigen da drüben. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Verzeihung. Beatrix, Gräfin von Bühre aus den Niederlanden. Wann? Auch blaublutig. Rex. Ich habe Sie letztes Jahr in Abidjan gesehen, auf einen Empfang des Präsidenten Hofwet. Aha, sehr gut. Tricks, darf ich dich der Gräfin Elise von Touren und Taxis vorstellen? Elise, meine älteste Tochter, Beatrix. Oh, das ist mir eine große Ehre. Germania, Elisa, dann zeige ich dir, wie du ein Wodka-Martini mixen musst. Komm. Shaken, not stirred. Sie sind die Grundprinzessin Beatrix. Entschuldige, dass ich Sie nicht erkannte. Ich war ziemlich lange in Afrika, wissen Sie... Sag bitte du. Ist Ihre Mutter nicht hier? Im Gegensatz zu meinem Vater trauert sie noch. Jens Riegerhardt, kennst du? Mein Vater will mich mit ihm verkuppeln. Verkuppen? Verheiraten mit? Mein Gott. Ich bin 25 und es dauert nicht mehr lange, bis ich Königin sein werde. Auf die Tragik der Blaublütigen. Prosit. Lass uns tanzen. Hey, Klaus. Ehrst du dich nicht? Entschuldigung, aber das ist das erste Mal, dass ich mit einem wehrenden Königin tanze. Und? Gefällt es? Sehr. Ein sehr glückliches 1963. Dank dir. Dich auch. some Jubiläün. Und wie kann, en finished du noch nicht liggen? haul 두� rzecz hin runtycznie?